Hallo und ganz herzlich willkommen bei einem weiteren Video zu leitstellenspiel.de. Ich möchte euch heute die Entwicklung der Wasserrettung vorstellen, was ich mir so vorstelle, was ihr so vorgeschlagen habt, was ich daraus umsetzen werde und wie das Ganze funktionieren wird. Die Wasserrettung wird als eigenes Gebäude verfügbar sein, das heißt ihr könnt eure lokale Wasserrettungsorganisation praktisch nachbauen. Wenn bei euch praktisch das DLRG dafür zuständig ist, baut ihr hier einfach die Wasserrettung, nennt das ganze DLRG-Ortsverband Schießmichttot und könnt dann da praktisch eure Wachen nachbauen. Was zusätzlich möglich sein wird und auch gleichwertig ist von der Funktionalität der Fahrzeuge, ihr könnt das Ganze auch an Feuerwachen stationieren. Dafür wird es Erweiterungen geben an die SEG oder an das THW. Auch da wird es möglich sein, weitere Fachgruppen zu bauen, nämlich die Fachgruppe Wassergefahren und die Bergungstaucher, die alle ähnliche Fahrzeuge bekommen wird, sodass es da möglich sein wird, einfach mit eurer Organisation, so wie das bei euch in der Stadt wirklich lokal vor Ort ist, das zu machen. Ich möchte euch hier die möglichst große Flexibilität geben, sodass ihr praktisch entscheiden könnt, was ihr macht, wie ihr das Ganze aufbaut und wie ihr da arbeiten wollt. Das bleibt dann euch überlassen und wie gesagt, da bin ich aktuell dran. Das Ganze ist im Moment in der Entwicklung, wird noch, ja ihr seht es, ist noch nicht so viel fertig. Wird noch ein bisschen dauern, aber ich bin da dran. Wenn euch das Ganze gefällt, wenn ihr Kommentare, Kritik habt, gerne in die Kommentare im Forum oder bei Facebook oder auf YouTube. Und dann würde ich mich freuen, wenn euch das gefällt, dass ihr mir einen Daumen nach oben gebt und ich euch, ja, wünsche euch noch viel Spaß beim Spielen. Bis dann, danke, ciao. Bis dann, danke, ciao.